Herzlich willkommen zu den 5 Geheimnissen eines positiven Mindsets. In diesem Video möchte ich dir verraten, wie du ein positives Mindset dir erzeugst, aber auch warum das jetzt so wichtig ist. Und ich finde, dass dieses Video deshalb so wichtig geworden ist, weil wir uns in einer postpandemischen Zeit befinden. Das heißt, wir befinden uns nach einer Krise, während der nächsten Krise und zittern auf die übernächste Krise. Also ob wir jetzt von Krankheit zu Krieg, zu Blackouts und zu totalitärer Kontrolle uns anspannen und womöglich kommen die grünen Männchen jetzt auch noch auf die Erde. Also wir sind ja geladen in einer Zeit mit lauter Schreckensmeldungen. In einer Welt, wo jeder sehr schnell eine Plattform hat und jeder sehr schnell eine Meinung datun kann. Und vielleicht kennst du das auch, dass du teilweise von Freunden satirische Artikel geschickt bekommst, die glauben, das ist wirklich wahr. Oder du bekommst irgendwelche wirklich Schwurblereien serviert, wo du dir dann denkst, wie kann denn das, wie kann es denn das wieder geben? Und diese ganzen neuen Medien wie YouTube, diese ganzen alten, klassischen Medien, Printmedien sind natürlich darauf getrimmt, deine Aufmerksamkeit zu erhalten und dich zu locken. Naja, und wie schaut das jetzt aus in unserer traumatisierten Gesellschaft, in unserer ungesunden Gesellschaft? Wir sind gerade x-mal gelockdownt worden und wir waren in Lebensgefahr laut dem öffentlichen Narrativ und mussten brav daheim bleiben und so weiter. Ich brauchte das nicht erzählen. Und deshalb rechnen wir ja im tiefsten Inneren damit, dass sich jetzt wieder eine Krise annähert, weil wir es gewohnt sind. Wir sind jetzt krisengewohnt und außergewöhnliche Katastrophen gewohnt. Und wir wissen ja jetzt auch, die Klimakrise ist jetzt da. Es sind nur mehr Krisen. Und auf Krise sind wir getriggert, weil wir wissen, was Krise mit uns gemacht hat, was das mit dir psychisch gemacht hat, was das mit deiner Familie psychisch gemacht hat, was das womöglich auch körperlich mit dir gemacht hat. Und deshalb ist es eben so wichtig, diesen Stress, diese Alarmiertheit mal aus dem System rauszubekommen. Und ich brauchte das nicht sagen. Wenn du permanent gestresst bist, wenn du permanent angespannt bist, dann ist das eine der ungesündesten Zustände, die du haben kannst. Dein Immunsystem arbeitet nicht mehr gescheit, dein Verstand arbeitet nicht mehr gescheit. Und natürlich auch das Energiefeld, deine Lebensenergie, die kannst du knicken, wenn du permanent so unter Druck stehst. Und deshalb ist es so wichtig, sich ein positives Mindset zu bewahren, gerade in dieser Zeit, gerade in diesen Prophezeitenkrisen. Und heute möchte ich dir sagen, erstens mal, wie du das schaffst. Und das sind ganz, ganz klare Anleitungen. Und nach diesem Video, wenn du das ein bisschen trainierst, dann kannst auch du wirklich zu so einem positiven Mindset kommen. Vorneweg, positives Mindset bedeutet nicht, alles durch eine rosarote Brille zu sehen oder dass du dir alles schönreden kannst und alles hat eine tiefere Bedeutung oder so. Und das ist ja natürlich in der Esoterik ganz verbreitet, dass das alles, alles ist ein Geschenk und alles ist wunderschön. Ich meine, das ist eine nette, sehr hohe spirituelle Philosophie. Aber am Ende des Tages braucht man sich nicht alles schönreden, weil es natürlich zu einer gewissen Überheblichkeit und auch zu einer Verdrängung führt, wenn man das alles immer so annimmt. Also, dass das Leben schickt mir das oder die Lebensenergie schickt mir das. Also, mit auch solchen Gedanken wäre ich vorsichtig. Aber wie schaffst du es jetzt in dieser verrückten, posttraumatischen Zeit? Und ich sage es gerne wieder, ich habe es im Video schon gesagt, meines Erachtens nach ist es auf der energetischen Ebene das größte Trauma der mittelwestlichen Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg, was wir während dieser Pandemie erlebt haben. Also, das ist die größte Prägung, wo wir noch nicht einmal ahnen, wo das noch hingeht. Und deshalb achte auf dich, bleib bei dir, bleib bitte fit und hab ein positives Mindset. Und jetzt komme ich gleich einmal zum ersten Punkt eines positiven Mindsatzes. Wie gelingt es dir, klar und positiv zu bleiben, obwohl es subjektiv, vielleicht auch objektiv betrachtet, alles eigentlich mehr oder weniger den Bach runtergeht? Das Erste ist, bleib objektiv und bleib im Moment, bleib in der Situation, bleib in dem, was da ist, bleib in dem, was gerade in der Situation sich abspielt bei dir, verhaftet. Manchmal geht was gut, manchmal geht was schlecht, aber bleibe, versuche da möglichst objektiv zu bleiben. Bleib bei der Situation. Das heißt, dein, keine Ahnung, dein Auto wird kaputt und du hast gerade finanzielle Probleme und kannst dir die Reparatur augenscheinlich jetzt nicht leisten und du weißt noch nicht, wie du morgen einen wichtigen Termin wahrnehmen kannst. Also nur mal als Beispiel. Dann bleib bitte bei der Situation. Verzweifel nicht und sag, jetzt ist alles aus, sondern der Punkt ist, Fakt ist, okay, mein Auto ist defekt, die Reparatur kostet Summe XY. Was ist jetzt wichtig? Was ist jetzt zu tun? Wofür brauche ich denn das Auto jetzt? Und wenn es dann heißt, na gut, ich sollte meine Kids in die Schule fahren, ich sollte einen beruflichen Termin wahrnehmen, ganz egal was, schau dir das einfach einmal an. Bleib einmal klar und nüchtern, ohne da in ein Drama zu gehen und zu sagen, ja, wie soll ich das schaffen? Ich kann, ich bekomme nichts mehr zusammen. Und das ist eben schon einmal so der Punkt, der dich auch energetisch in eine Erdung, in eine Klarheit bringt und aus dem Drama raus. Da braucht man dann nicht das ewige Opfer sein, schon wieder ist was kaputt oder immer passiert etwas oder gerade in den ungünstigsten Momenten wird das Auto kaputt. Naja, natürlich wird das Auto in den ungünstigsten Momenten kaputt, nämlich dann, wenn du damit fahren willst. Sonst würde es ja nicht drauf kommen, dass das Auto kaputt ist. Also, und durch dieses Denken einfach mal sagen, okay, was ist die Situation und wie kann ich da gewisse Schritte setzen, dass ich es löse? Vielleicht borgst du dir irgendwo einen Pkw aus, vielleicht findest du eine Öffi-Verbindung, die sich ausgeht, vielleicht fährst du auch mal mit dem Taxi. Aber es gibt immer einen Weg. Und das würde ich schon so sehen und eben schauen, dass ich mich der Erde in der Situation und ganz nüchtern bei der Sache bleibe. Das aktiviert dein Wurzelschakra und das aktiviert dein Tun, statt dass du dann nur denkst und ein Szenario nach dem anderen auf der emotionalen oder der rationalen Ebene herausproduzierst und hervornebelst und da ein Drama draus machst. Also, bleib immer nüchtern in der Realität. Im gesellschaftlichen betrachtet, egal was da jetzt kommen mag noch, ob es jetzt Stromausfälle, Klimakatastrophe oder sonst was sein mag, wie sieht es jetzt aus? Wie ist jetzt die Gegenwart? Nüchtern, klar bleiben und so kannst du dann in der Gegenwart Schritte setzen und etwas lösen. Denn das ganze Narrativ, das uns immer erzählt wird, wir haben immer ein Täter-Opfer-Narrativ, wir haben, ob es jetzt beim Klima ist, die bösen Alten haben die, oder die Kapitalisten haben die Welt kaputt gemacht für die Jugend. Das ist jetzt, eine Bewegung nennt sich letzte Generation. Das ist ja schon mal psychologisch wahnsinnig ungesund, wenn du mal sagst, okay, es ist die letzte Generation, weil um was geht es denn da, dann noch? Du hast das Narrativ mit dem Ukraine-Konflikt, du hast dieses Gut-Böse, Schwarz-Weiß, du hast die Corona-Leugner und du hast die vernünftigen, wissenschaftsgläubigen Menschen, du hast immer so Lichtschatten, das ist so polarisierend, alles wird dir dann mitgeteilt. Und du hast die Bewussten, die sich alternative Medien anschauen und die wissen das schon und das sind ja keine Verschwörer, sondern das sind eigentlich schon halbe Propheten oder ein bisschen vorausdenkende Leute gegen eben die schlafende Masse. Aber der Punkt bleibt erhalten, bleib jetzt in der Sache, bleib bei dir, bleib in dieser Realität, bleib in deiner Situation. Du wirst nüchterner, du wirst klarer und du wirst viel, viel einsatzfähiger sein. Das Zweite, das du wirklich kontrollieren kannst, ist die Bewertung einer Situation, die Bewertung einer Person, die Bewertung eines Zustands. Denn eine Situation, das werden wir später auch noch hören, beim nächsten Tipp dann, ist weder nur gut noch nur schlecht, sondern schau eben, und das ist ein Aufbau zu dem ersten Punkt, dass du halbwegs neutral einer Situation gegenüber bleibst. Denn deine Bewertung, deine Einschätzung einer Situation, die hast du in der Hand und die kannst du wirklich verändern. Ganz klar. Also wenn du jetzt, noch einmal, bleiben wir mal beim Finanziellen, du hast finanzielle Lasten, du hast einen finanziellen Druck, einen finanziellen Stress, dann sage ich, ja, das ist eine Katastrophe oder ich bin ein Loser oder ich schaffe da irgendwas nicht, sondern schau eben wieder ganz klar, neutral, was ist das Problem und was sind dann so meine Lösungswege, dass ich aus dieser Situation rauskomme. Aber nicht gleich werten. Und das führt mich dann schon zum dritten Punkt eines positiven Mindsets. Finde in jeder Situation auch die hellere Seite. Es gibt nicht nur gute oder schlechte Sachen, es hat alles auch ein Gutes. Zum Beispiel Lockdowns kann man sagen, okay, ich komme mal zu mir oder ich habe gemerkt, ich muss was Neues lernen. Ich hatte mehr Zeit, Dinge zu reflektieren. Ich habe mich auf die wesentlichen Sachen konzentriert. Ich konnte etwas lesen oder lernen, zum Beispiel mal. Also es gibt da nicht nur negative Seiten dran. Das ist auch bei einer Krankheit, wenn man eben das in der Realität verwurzelt sieht und sagt, okay, ich bin jetzt krank, ich habe jetzt Fieber, es geht mir jetzt nicht gut, jetzt werde ich nicht besonders gut aufgelegt sein, ist alles okay. Und dann schau dir mal an, was ist denn das Positive? Mein Körper entgiftet, mein Körper regeneriert sich. Ich habe zum Beispiel ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Bett, in dem ich jetzt liegen kann. Ich habe jemanden, der mir was eingekauft hat oder es hat sich jemand sehr fürsorglich erwiesen. Oder ich komme jetzt auch dazu, eben wirklich einmal auszuschlafen und zu regenerieren. Das heißt, es gibt in jeder Situation auch etwas Gutes zu entdecken. Aber eben nicht kitschig gut, rosa-rote Brillen gut, sondern geerdet klar zu unterscheiden, was ist das Gute an dieser Situation. Und da findest du etwas, das hast du selber in der Hand. Manchmal lehrt dich zum Beispiel auch eine Situation, wenn du nichts Positives findest, eine Geduld oder eine gewisse Kraft, eine gewisse Durchhaltefähigkeit. Also auch das ist ja möglich. Der vierte Punkt eines positiven Mindsets und das vierte Geheimnis für ein positives Mindset ist, schau dir an, was du ändern kannst. Was sind die Lösungen, die du bereithalten kannst? Denke eben lösungsorientiert und dafür musst du, wie bei Punkt 1 schon gesagt, das Problem ganz objektiv betrachten können. Und dann schaust du mal, was ist denn die Lösung? Und manchmal ist die Lösung, okay, das muss ich jetzt erdulden. Ich muss jetzt halt eine Woche im Krankenstand sein und einmal ausschwitzen. Das kann ja sein. Die Lösung kann auch mal sein, ja gut, ich habe einen medizinischen Eingriff. Die Lösung kann ja auch mal sein, okay, ich brauche jetzt mal ein neues Auto und schaue mich dann nach Finanzierungsalternativen um. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall schau, was deine Lösung ist. Was ist deine Lösung? Was kannst du tun? Und auch wenn du das Gefühl hast, du kannst nichts tun und du merkst schon, das ist so ein gewisser Kreislauf. Du kannst immer noch deine Einstellung zu etwas ändern. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, das politische Klima im Land ist x oder y und ist so ungesund. Aber du kannst immer noch deine Einstellung zu diesen Themen ändern und auch lösen. Und wenn du dann eben so deine Einstellung änderst, dann bist auch du wieder in einem Lösungsprozess. Also gehen wir es jetzt mal durch, bevor wir zu Tipp Nummer 5 noch kommen. Wir haben, bleibe in der Realität. Versuche nicht zu werden. Das ist der zweite Punkt. Finde das Gute im Schlechten. Das Helle im Dunklen. Das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt ist, was kannst du tun, damit etwas besser wird? Und der fünfte Punkt für ein positives Mindset ist, umgib dich mit positiv denkenden Menschen. Oder schau auch mal, dass du dich mit etwas Positivem inspirierst. Ob das eine Affirmation ist, ob das ein besonders schöner Spruch ist, ein schönes Bild ist, etwas Erhebendes, ein erhebendes Musikstück ist, ein Mutmachspruch. Oder eben eine Freundin, ein Freund, wo du sagst, das Gefühl hast, ja, da bin ich dann wieder gut drauf. Also umgib dich nicht mit belasteten, selber eher negativ und sorgenschweren Menschen. Und das ist ja das, was ich erlebt habe, auch während den Pandemiezeiten. Die Leute, die eigentlich sagen, ich bin bewusster, ich bin klarer, ich durchschaue da das Spiel, waren alle irrsinnig bedrückt und eigentlich in Sorge und eher in so einem schweren Opfermodus und immer in der Furcht, dass dann noch etwas kommt und noch etwas schlimmer wird und schlimmer wird und schlimmer wird. Und deshalb schau, dass du eben mit klaren, positiv denkenden Menschen dich umgibst und dann wirst du merken, ist es auch immer leichter, dass du dir ein gesamtes, positives Mindset aufbaust. Und das wird dich öffnen. Du wirst merken, das öffnet auch dein Energiefeld, wie sonst nur auch die Dankbarkeit dich öffnet. Also du merkst dann, du hast mehr Kraft, du hast mehr Durchfluss in deinem Energiefeld und das kannst du dir bildlich wirklich so vorstellen von der Lebensenergie. Wenn du recht zu bist, recht verschlossen bist in deiner Lebensenergie, dann fließt die natürlich nicht. Und wenn diese Energie nicht fließt, dann kannst du es im Prinzip schon vergessen, dann bleibst du immer in demselben Modus. Du hast dieselben Gedanken, du hast dieselben Gefühle. Es ist also wie ein Kochtopf, wo zu ist und der dreht sich immer im selben Kreis. Aber wenn du das öffnest, fließt das rein und fließt wieder raus. Also auch wenn was Negatives passiert, hast du da auch die Möglichkeit, dass sich die Energie wieder austauscht, dass da wieder was Neues reinkommt und dass sich auch das Schlechte, unter Anfangszeichen Schlechte, wieder schneller reinigt. Also das wären so meine fünf Tipps für ein positives Mindset. und ich lade dich ein und mehr als ich lade dich ein, ich bitte dich, arbeite dir das wieder. Wenn du es verloren hast, bitte, bitte, bleib dran und schau dir das an. Und wenn du ganz besonders eintauchen willst und auch ein bisschen mehr an deinem Energiefeld arbeiten willst, dann lade ich dich herzlich ein. Am 3. September 2023 habe ich einen Workshop zum Thema Positives Mindset Transformation deiner Gedanken. Da lösen wir dann auch noch mehr so diese Gedankenmuster, diese Manipulationen. Da gehen wir dann tiefer rein bei mir live in Linz. Also wenn dich das interessiert, melde dich da gerne an auf meiner Homepage. Findest du den Link dazu? und ich wünsche dir inzwischen alles, alles Liebe aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss, bis nächstes Mal. Dein Oliver Ereni. 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 Dein Oliver Ereni.